Was die Macs angeht, schauen wir mal, was HP so anbietet. Es gibt ein Gerät von HP, das ist nur gerade so durchgespült worden, weil es einfach so nett ist. Wenn da ein anderes Logo drauf wäre, würde ich es wahrscheinlich auch sofort kaufen. Das heißt, ein HP Z2 Mini, eine Workstation für CAD-User. Das Logo ist ja nur nicht das Problem. Das Logo bedingt dann ein Betriebssystem. Das ist das Problem. Das Ding sieht irgendwie cool aus. Es ist so ein Mac-Mini-artiger Rechner, schwarz, mit allen acht Ecken irgendwie abgeschrägt. Das einfach sieht nett aus, dafür, dass es ein PC ist, allemal. Und da sind halt irgendwie, das ist jetzt für Solidworks und AutoCAD und Zeug irgendwie gedacht, aber damit verbunden ist halt irgendwie ein bisschen Grafikschmalz, ein bisschen CPU-Schmalz und das ist für allgemeine Computeranwendungen ganz hilfreich. Und der soll leise sein, der ist erweiterbar, da kannst du ein paar Sachen reinstecken. Da hast du eine Grafiker, also Xeon-Prozessoren drin und der kostet halt unter 1000 Dollar. Und das ist halt jetzt leider von HP, nicht von Apple. Ja. Also ich meine, es ist jetzt nicht schade, dass das Ding von HP ist. Es ist schon in Ordnung, dass es Teil von HP ist. Aber was halt natürlich bedeutet ist, es läuft jetzt halt 1 plus 1 ist 2, da kein natives macOS drauf. Und damit ist es halt natürlich für uns oder für die Fanboy-Riege oder für die Leute, die aus irgendwelchen Gründen ernsthaft sagen, ich möchte nur macOS benutzen, was ich ja nachvollziehen kann. Und wir hier wahrscheinlich auch alle nachvollziehen können. Für die ist es halt außen vor, weil wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass es einfach keine Option ist, zu sagen, okay, wir machen da halt da jetzt irgendwie Hackintosh drauf. Selbst wenn das damit funktionieren mag, ist es halt immer die Frage, wie wird es funktionieren? Weil im Zweifel funktioniert es halt wieder nicht richtig und da musst du wieder mit Updates warten und dann geht halt wieder dein WLAN nicht oder irgendein Bluetooth oder irgendein Quatsch halt nicht. Und das ist dann alles relativ ärgerlich. Von daher ist es wirklich schade, weil das so, also mal vom Formfaktor, definitiv so eins der Geräte wäre, die man jetzt haben wollen würde. Und ich glaube, fängt halt irgendwie bei 699 Dollar an und das ist halt ein fairer Preis für das, was da drin steckt. Und ja, ist, wie gesagt, es stimmt mich traurig, dass da, ja, aber ich meine, da haben wir schon oft genug drüber geredet, dass halt da die Apfelbude nicht nachzieht an der Stelle. Ja, es klingt halt so ein bisschen, also für mich klingt, ich benutze das Argument ja auch sehr gerne, dass es das falsche Betriebssystem ist. Es klingt halt so ein bisschen dekadent immer, aber es ist, das ist halt nun mal nichts, was man diskutieren kann, weil es halt eine persönliche Geschmacksfrage ist. Und deswegen, deswegen benutze ich auch weiterhin das Argument. Also es ist halt für mich das falsche Betriebssystem. Ganz, ganz simpel. Und ich sitze hier von einem Windows PC, Windows 10 und ich bin, es hat durchaus seinen Anwendungsfall, ja, also für mich sind es Spiele. Aber es ist halt nichts, womit ich arbeiten könnte. Und das ist halt, das kann man halt schwer diskutieren. Aber das ist halt, ne, Präferenzen und so weiter. Vielleicht ist die Lösung aber auch jetzt für jemanden wie mich, die meisten Sachen, die ich mache, brauchen ja keine dicke Power. Das Einzige, was dicke Power braucht, ist Video. Und dann könnte ich halt sagen, okay, ich nehme diese Kiste zum Beispiel für Video und alles andere, was irgendwie, wo ich das Interface anschauen muss und mit Dateien hantieren muss, mache ich halt auf. Mac auf dem Laptop. Egal. Die Frage ist, was machst du mit Video? Und wenn du es nur rekordieren möchtest, das ist ja schön und gut. Aber was machst du in dem Moment, wo du jetzt einen Final Cut öffnen möchtest? Vielleicht möchte ich das gar nicht, weil Final Cut hat so eine Anordnung von Bugs, die mich betreffen und diese jetzt auch nicht gefixt haben. Vielleicht ist die Lösung für mich der Adobe-Quatsch oder irgendwas anderes. Das müsste ich aber halt mal ausprobieren. Das kostet mich halt ein bisschen Zeit. Ich weiß, dass Final Cut funktioniert. Ich weiß, in welcher Reihenfolge ich Final Cut öffnen und schließen muss und force quitten, damit es funktioniert. Ja, ja. Wirklich. Bits und so durchschieben dauert nur noch halb so lang und alles wäre gut. Ja, ja, klar. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Wenn dich übrigens Final Cut so sehr stört, ich habe da noch ein paar Apple-Skripts, die QuickTime 7 steuern. Gar nicht so schlecht. Ja, das war fantastisch. QuickTime 7. Ja. Sowieso das Beste. Ja, definitiv. Und dann habe ich so guards mit dem Fenster gekquert.